Ja, hi Willkommen, mein Name ist Anirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systema. In der letzten Folge haben wir den... na, Zavgott Moor betreten und Logrin ein bisschen abgesucht, ein paar Missionen gestartet. Diese eine Höhle hier abgesucht, das nahm ich schon wieder vergessen ab und wir sind jetzt hier vor der Entdeckung, die ich entdeckt habe auf Screen. Ich hatte sehr viel Glück, weil dieser Truhe hier war ein Mimik-Zombie, deswegen konnte ich noch schön den fertig machen für 2300 Erfahrungspunkte. Also ja, nicht schlecht. Und ja, wir haben hier eine Prüfung, was glaube ich dieser Vogel da ist, ne? Oder diese zwei. Silfenadler, Diesel und Layla. Also, ich glaube, es ist ein Schmerz, das ist ein Schmerz, das ist ein Schmerz. konzert hier hätten wir das mal kurz zwei entdeckungen wie viele war haben viele war verpasst haben bis jetzt ja immer noch eine ganze menge last und bell und perlhafenweide also irgendwo eine wiese ist triumph ist in diesem wald oder weil ich perlhafenweide scheint vielleicht auch noch was zu fehlen wegen das ist hier zwischen den ruinen und so ja muss ich mir auch noch mal umgucken anscheinend und am platz pendrago feld sagt mir auch weil nicht könnte im pendrago oder so sein ja dann haben wir hier noch kann man noch brücke und in dem moor wahrscheinlich ja ich habe mal nachgeguckt sollte gleich stein porten und speichert und dadurch falsch lang ich habe mir mal angeguckt welcher schmelzziegel hier ist und dann ist der von etna also können wir von etna noch gar nicht den schmelzziegel haben da wir den ja erst letztens entdeckt haben nehme ich mal an wir können ihn noch nicht schaffen da ich muss mal gucken wir haben auf jeden fall den von dingens gemacht von zur welcher in der wiese ist triumph zwar der erste das heißt da kann ob hier irgendwo sein wer darf man hat war der von mit leo den haben wir auch geschafft fällt sagen wir auf welcher war das hier ist am garter ich glaube in am augen schafft ich glaube aber von rosa aber der doch von rosa war nur einer hier in dingens in alfred slag gewirr gewirr ja fast der muss von rosa wenn er von leider oder so ist dann haben wir den noch nicht leider okay dann leider oder habe ich den von leider auch schon ich weiß ich meine nicht schaffen jetzt um mehr auf anruf gehen anscheinend ließen ja angriff hier normale anruf 302 so schlecht und diese level 19 ok ok aber stärker also mama dem für diesen haben wir glaube ich noch gar nicht schnell da sein da schon ein 30 sehr gut ja auch damit wir sagen mir ihr pflanzen zaubert nicht der sache aus als den zauber verbreiten irgendwie schaffen er bewegt euch sehr langsam für mich sehr gut und das ist mal kurz das läuft aber noch gut und das läuft aber noch gut und dass irgendein starker kontausch den erstmal meine höchste art reinhaut hat er greifen wie zu schnell an also dieser kleine greift mich so schnell an ich kann mich zu schnell ich bin vergiftet geil warum kann ich nicht weil ich vergiftet den arbeit geht das gibt auch weg irgendwie weil da habe ich gar keine dinge einsetzen ja lass mich mal ganz kurz hier aus immun gegen krankheit nicht sehr ist das gibt es doch einfach nicht ich möchte die ganze zeit x aber ich kann nichts machen weil sie so schnell anreifen ruf nach verstärken ja auch noch also dieser kleine jane er geht mir so offen lassen das wetter und ab und ich kann nichts machen oder wie guck mich das an ich komme nicht irgendwie so ist das meine güte ich bin am angreifen und der lässt mich einfach nicht ich komme nicht zum angreifen habe ich das Gefühl... Ach, was ist das? Letzter war. Du bist der letzte Gegner, aber du sagst mir, du bist der letzte Gegner. Was ist das? Nein, kommt ihr noch einmal? Nur sag mir, du bist der letzte Gegner. Oh, nochmal. Oh, komm so an. Was? Mein Gott. Ah, sehr gut. Du bist der letzte Gegner, du bist der letzte Gegner. Nicht so, wie wohl? Ist das kein Blut, Lyra? Ja, das ist alles gut. Ich bin vielleicht nicht mehr in diesem Schiff, ich habe auch verletzt. Entschuldigung, dass ich mir den Schiff aufgerufen habe, dass ich den Schiff aufgerufen habe. Keine Ahnung. Das ist ein Ruhige. Nichts? 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 Haben Sie sich schon gehört? Ich habe... Ich habe ein paar Sachen vergessen. Hahaha, ich denke, Lyra ist super, ne? wie er ist ja wieder so ein zombie ist wahrscheinlich mehr so ein zombie im gärte feuer angeschafft verteidigung da geht aber so weit runter wasser anfällig wasser amatisierung ist ja richtig einfach aber wenigstens etwas erreicht wo ich nicht weiß ob das irgendwie notwendig ist die jetzt schon zu machen oder so eine erfahrungspunkte kriegen wir ja nicht aber es gibt es nicht so weit in der nähe von der erdnacht immer schreien der kann auch flüchten wenn einmal flüchtet dann kann ich nicht mehr auf der bekommt dann auch so ein balken so wenn ich also ablaufen muss man kann es nicht mehr aufhalten wenn er einmal anfängt glaube ich ich konnte ihn jedenfalls nicht aufhalten als er einmal sehen uns hier durchgang angreifen wieder kurz vor der lab sehr gut hause gezeichnet fokus und angriffskraft ja 480 verteidung ja okay er kann ein bisschen ein weiter näher muss auch weiblich sei nah sie kann bis an einem büsten kommen nein schmerzt sie ist ja veräten haben es mal auch noch mal machen ich glaube ich nicht schon hat erfahrungspunkte von euch nachher als aus dieser höhle rausgegangen bin beim letzten mal sagte rose sowas von ja bei diesen elefanten an sich bestimmt um helion macht nee und so redan so das glaube ich auch also ja nichts interessantes aber muss der augen werden so hier war der nr war nicht so in der nähe der prüfung bei einer okay ist kein speicherkung davor gewesen scheinlich bei also irgendetwas sagt mir heldalf ist nicht ich kann ja noch kämpft wieder irgendwas sagt mir heldalf ist nicht in der glichert senkel ich frage mich nicht woher ich das vielleicht weiß aber ja er scheint nicht in der glichert senkel zu sein ganz offensichtlich aber ich krieg nicht von erfahrungspunkte von euch auch mehr noch dagegen wollen wir ja kämpfen ne also da sagst du dazu der heldalf sich hier steht auf schlachten da stimmt was wen er hat geschichte eingesehen haben da ist doch mein gott leute was ist mit euch los das passiert wenn ich jetzt auf jeden los gehe ich soll aufpassen ich möchte schon wieder gehen und bekämpfen speichern wir mal ok ja wir wollen ja gegen den kämpfen ne also hier ist unsere chance diesmal sind wir sogar kann man sogar kämpfen in so einer domäne also ja versuchen wir erst mal den schmelzt gegen euch kämpfe ich nicht da kann man die tun schon direkt drei zauber ja anfangs zaubern ne nur hier darf nur rose ok habe ich denn mit rose geschafft ich weiß es nicht äh 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 rose ist mit berg näher nicht schlecht für mich ich kann mir nicht vorstellen dass ich den dreck gemacht habe als ich in den tex habe also ja sie hat kein halbungsfleisch gerade das mit alten mit 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 ich glaube ich hätte ich ihn ab kommt mir her ruf 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 verdammt ich habe dieses automatisch deswegen macht ja sie hat noch nicht alle anscheinend ja es ging uns jetzt nicht viel anrufe hat sie kassaden ich bin langsam super kann ich so bewegen warum kann ich mich schon wieder nicht und gegen krankheiten ist ein guter witz es ist ein guter witzig ich drücke da überhaupt nicht du bist bestimmt der boss hier das ist doch mal oder so schwach eure art sind irgendwie stärker für oder in das mag er sich gerade diese andere so stark mehr so kommen wir mal nicht irgendjemand so 1.000 aber schnell hoch ein sicher ist sicher ich habe schon sie sind will ich aber egal der typen erwartet so verdächtig explodiert wahrscheinlich so alle auf einmal und reist mich damit so schwer ich habe aber mit partner aufschaffen oder nehme ich mal an diese ausgewichten da haben sie so geil noch so stark überpowered und richtig oder hat wehgetragen das war schon viele sachen die aber nicht mehr so tolle sind so bleibt noch der für etwa Okay, jetzt geht's! Ich bin wieder zurück. Ich bin nur noch mal. Hast du Angst? Es ist nicht notwendig. Es ist so warm! Du bist ein bisschen. Du hast auch deine Kraft. Du hast auch deine Kraft. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht? Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Entschuldigung. Du hast es gut gemacht. Entschuldigung. Sie sind immer lecker, aber manchmal ist es nicht so gut. Gedämpfter Klang. Ich bin immer noch kurz vor. Ich bin immer noch nicht. Ich werde die Dinger. Jetzt wo ich gesehen habe, wie stark ihre Arten sind, ne? Eigentlich nicht so schlecht. das hat alles irgendwie so ein bisschen angefangen für einig wäre ja perfekt ihre partei und nicht so weit nach unten aber die musik da ist dann alles so gleich ja okay vom hell da hätte ich mal jetzt platz ein bisschen ausgleichen immer dieser story in diesem story fortschritt jetzt hier wo ich damit ender schaffen heute nicht mehr damit verschieben war noch ein bisschen weiß nicht ist doch jetzt schon nicht so weit entfernt dass wir den entdeckt haben den schreiben deswegen lassen wir mal erst ich bin noch ein bisschen zu schwer so versuchen wir deswegen mal hell da ist auch mal weg wo ich sollte man meinen ab hier holen wenn man mit meinem abgab dann versuchen wir mal hell da sein hat wenn wir weiter 110 oder 1 irgendwie so was wenn das mal begegnet ich möchte mich umdenken dass ich raus ausruhen und jetzt kann ich mich so langsam ist klar ich sag immer noch es gab wie viel wollen wir noch 2 42 natürlich leider auch immer 40 mehr und nicht gegen euch sondern gegen so ein vielleicht wenn man vielleicht ein verhälter ist auch wach ein laufstieg neues art gelernt endlich war und es ist und es ist glänzender spiegel ok der wird wenn sie noch irgendwas sie lernt nichts mehr ein jetzt müssen nur noch diese und leider ein paar sachen lernen dann war die versuchen wir am abschluss des parts sind auch dann jetzt kommt mir hier nur so eine quere ja jetzt wo wir den hier entdeckt haben glaube ich nicht dass der energie verzenken ist nennt mich verrückt dann kommen wir ja und helfen als gut 101 jahren vor den haben wir schon voll viel abgezogen die stimme von akadino ich wollte es weil ich halte sogar ein paar andere von dem aus ja es war ja mit dieser macht jetzt durch den betreuen kann 700 abgezwungen kann man aber theoretisch für siegen der macht ja gar nichts schade ist nicht jetzt haut er mit einem schlag weg oh wieso da bin ich nicht wieder belebt so was haben wir zu machen 1000 habe ich ihn damit abbezogen Aua die verrecken einfach nicht da ist doch Akainu oder? Stimme die verrecken einfach nicht wobei sie überleben schon wenn ich die Bosse kämpfe normale wir verrecken einfach nicht ok ist gut jetzt habe ich nochmal kaputt ey was bist du für ein Herrschreier? das war eine Mystic Art oder so nein ich suche ein schlechter Final Boss Potential ich suche ein ich suche ein ich suche ein ihr beide lasst euch jetzt kaputt hauen danke oh mein Gott echt? na komm wir verrecken einfach nicht wir verrecken einfach nicht wir verrecken einfach nicht so jetzt komm mit Leo dann wird es ein bisschen lächerlich ich denke könnte man sogar schaffen ehrlich gesagt so gut ich bende den Part an ihr und wir sehen jetzt in der nächsten Folge von Let's Play das ist eine Theorie ich bin da nicht alle ich will zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge